Den Kühlergrill auszubauen ist eigentlich ganz einfach. Zunächst muss man die Batterieabdeckung lösen. Ich nehme dafür immer ein 5-Cent-Stück. Das passt ideal da rein. Man verkratzt nichts, man demoliert nichts und das hat man eigentlich auch immer irgendwo im Geldbeutel rumfahren. Nachdem die Abdeckung weg ist, noch weitere 5 Schrauben an der Oberseite des Kühlergrills lösen. Und dann vorsichtig auf Höhe der Scheinwerfer den Kühlergrill nach vorne ziehen. Vielleicht ein kleines bisschen noch nach oben dabei heben. Da sind sehr sehr fragile Nasen dahinter, dass man die nicht abbricht. Hier unten ist dann der Kühlergrill eingehängt, deswegen nach vorne abklappen. Das hier sind sozusagen die Scharniere. Auch die brechen gerne, wenn man zu viel Kraft ansetzt. Hier sind diese Scharniere drin. Und diese Nasen auf der Seite, die sind quasi dafür gemacht abzubrechen und dann wird im schlimmsten Fall ein neuer Kühlergrill fällig. Hier sind die Aufnahmen für diese Nasen. Also alles ziemlich klapprig. Und so ist er ausgebaut, der Kühlergrill.